Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Bevor es jetzt richtig losgeht, seht ihr rechts oben meinen Zweitkanal eingeblendet. Ja, ich habe einen Zweitkanal, wo ich Musikzeug hochlade, weil ich mit einer App immer so Lieder mache. Und die ersten beiden Links in der Infobox sind zwei meiner neuen Lieder, die ich jetzt auch hochgeladen habe. Also das Video hier wird dann wahrscheinlich um 17 Uhr oder 16.30 Uhr hochgeladen. Muss ich mich ein bisschen beeilen, auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr da vorbeischauen würdet. Wir werden jetzt hier das Dach weiterbauen und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.